Nach dem großen Erfolg von Verblendung kommt jetzt der zweite Teil der Kult-Trilogie. Stieg Larsson – Verdammnis. Wenn du mich noch einmal anfasst, bringe ich dich um, klar? Du glaubst auch, dass sie schuldig ist. Ich sage nichts. Ich finde Beweise. Und ich finde den wahren Mörder. Und dann schreibe ich einen Artikel, der dir und deinen Kollegen überhaupt nicht gefallen wird. Stieg Larsson – Verdammnis. Ich werde sie finden, bevor die Polizei sie findet. Und ich werde für sie da sein. Denn das bin ich ihr schuldig. Stieg Larsson – Verdammnis.